zu einer neuen folge fiete bies überleben mit dem dominik hallo erzähl uns noch mal was hast du so gemacht ich habe mein system in den keller hingelegt ja haltet dann keller gesetzt angefangen detail zu automatisieren alles und flo hat meine automatisierung kaputt gemacht was sonst ja ich habe auch ein bisschen was gemacht dafür wird die am ende der folge einen schönen zeitraffer geben der optional ist müsst euch nicht angucken wo ihr seht wie ich das alles hier erbaut habe ich habe ein bisschen zu viel zeit gehabt im gefühl aber das ist ja tut ja auch nichts zur sache es steht und sieht teuer aus ja und jetzt weiß ich nicht in dieser folge möchte ich eigentlich nicht um die automatisation kümmern obwohl es eigentlich grundbestandteil ist aber ich bin mir nicht sicher was würdest du machen und was meinst du jetzt mit was würde ich machen würdest du jetzt anfangen feuer automatisation anzufangen kommt drauf an was du was der nächste schritt ist im endeffekt sollte es wie soll ich das sagen der nächste schritt ist jetzt eigentlich also ich habe jetzt alles von hand gecraftet der nächste schritt ist eigentlich jetzt es nicht mehr von hand kraften zu müssen weil dann ist die nächste schritt halt automatisierung also doch gerade selber beantwortet ich bin ich bin da bin ich das hellste bürscher ich weiß aber das aber er das wissen wir halt eben schon nicht sehr hell bin ich brauche elite kabel wo hast du slimeballs gefunden ich habe keine slimeballs gefunden ich mache die aus reis aus reis kann man auch reis aus reis kann man bälle machen ja und ich habe mich und ich habe mich nach wir wissen schon was dem nicht gesucht darf ich reis in der mitte anpflanzen kannst du gerne machen ja kannst mir davon passiert geben damit ich sie anpflanzen kann ja total blöd für mich gut gut dass man so ein spiel zu zweit spielt dann bekommt man sowas auch erst mal mit makeup auch wo ich anfangen geht wollte er mir ein lavafabrikater machen und naja dafür brauchst du halt entweder magma magma slimeballs oder halt slimeballs mit blaze powder und weil ich nicht in der hölle welche schleime gefunden habe musste ich halt mir schleim machen irgendwie dann habe ich auch schleims gesucht ohne ende aber habe ich auch nicht viel von also ich habe welche gefunden aber das war es dann auch wieder warum hast du mache ich was warum hast du die hellenportal die tausend gesetzt welchen hellenportal haben sollte ich wusste nicht wo deins war in keller gesehen hört man habe ich nicht gehört macht die urne auf es ist ein märchen was im märchen das gibt es gar nicht das hellenportal bei dir ja total ich würde aber sagen wir machen die folgen nicht so lang weil du ja sowieso über über den hast denn was ist bei dir nicht zu lang alles lang kann eine halbe stunde sein oder weniger das war jetzt der falsche block wo man einfach alles in einem e system hat und einfach runter kraften kann ohne probleme zum thema runter kraften ich muss hier noch nicht ich muss hier noch was mein automatisches kraft system schon mal legen so jetzt brauche ich erst mal eine hülle wo liegt die höhlen da und ich mache jetzt eine automatische silikon produktion eine automatische silikon produktion ist ja interessant ja erzählen sie mir mehr davon nein will nicht warum denn nicht lass mich in ruhe ach ich bin ich bin die freundlichste person auf diesem planeten ich habe ein me system dadurch kriege ich keine ärzte kriege ich kein gar nichts mehr super ich weiß ist das nicht toll das ist wie damals entweder klaut er mir was er aus dem me system oder er macht mein me system kaputt schlimm oder immer wieder so ein assi ja verprügeln man müsste dich verprügeln? ja aber richtig ins gesicht mit anlauf mit anlauf auch noch dort von nee guck und wenn man hier ich habe mich verklickt clay in den sackmill packt dann kommt nix raus weil der strom nicht angeschlossen ist ich dachte ich wäre schon schuld du bist immer schuld ja stimmt ich bin an allen schuld ich bin auch an der evolution schuld richtig und hungernot und was alles nee den hungerschuh steckst du mir nicht zu hunger bist du schuld lege dafür dass ich hunger habe das kann ich doch auch nicht ja doch nein leck dich ich kann nichts dafür dass du hunger hast warum nicht? wenn du blöd bist und nichts holst das ist nicht mein problem mi 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 jetzt denke ich mir bei dir auch die ganze zeit mi 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 tier zu teuer die ganze scheiße von was? mi? äh nee ich mache jetzt gerade was anderes weil ich für meine automatisation ja reisbälle brauche aber reis ist noch nicht genug gewachsen und deswegen mache ich gerade was anderes hört sich interessant an ich weiß nicht du wirst auch früher oder später sehen was ich mache aber will ich das überhaupt? ja ich weiß nicht was dagegen spricht es zu sehen alles Bist ein Arsch. Ich weiß. Gut, dass wir uns da einig sind. Deswegen lieben mich so viele Leute. Also, einfach keine, aber egal. Zack, elf Pistons. Nice. Jetzt habe ich keine Schleimbälle mehr. Yay. Egal. Da machst du jetzt eigentlich für deinen kleinen Server jetzt einen richtigen hier, wie heißt das? Faust-Server geholt? Oder? Ein Root. Ja, ein Root. Wieso? Nur mal so als Interesse. Ich zeige Interesse. Interesse? Interesse. Erj하세요 mich nicht, was du zeigst. Ich mag mich. Ily. Einfach nichts. Garde Dorian, ist egal. Garde Dorian Metal Scheisse. Mimimimimimimj. Ich brauch noch Storage. Storage. ich brauche eine seitenkiste ist so ich brauche liegen aber pipes was weckt um nick ist ja interessant was wir mit diesen alten pipes machen items pippen sehr interessant ja ich weiß dann items pippen pool output push genau jetzt habe ich seitenkisten was braucht denn noch er hat eine solar engine er hat einen farmer er hat eine seitenkiste was braucht denn noch noch ein fertilizer was gibt es kostet der was ja kostet er kann ich mir das leisten eigentlich nicht ich kein glas glas und zwar mehr als genug dafür gescheuzen warum zieht er nein hast du drei leder und zwei bonemail es ist für uns beide gut zwei bonemail und leder bx 7 kann ich mir davon zwei bonemail und drei leder leihen ist für uns beide gut versprochen warum zieht jetzt warum er denn nicht ziehen kann hat ein logistik problem hat mit ender im system kann auch deinem system nicht zugreifen das ist ein security terminal das ist nicht eingestellt eigentlich solltest du zugreifen können ne alsbald du es ranmast kannst du drauf zugreifen eigentlich bräuchte ich eine karte dafür ich kann da reingucken mir alles angucken aber ich kann nichts rausholen also warte so leder eins ich kann die nicht rausschmeißen nein wie brauchst du es du drei leder und zwei äh hier bauen zwei bauen bitteschön gut danke so dann brauche ich eine chest da gehe ich auf dem wireless terminal bohahaha chest so dann brauche ich ein output push hier muss ich ganz kurz gucken hier wird mittig reingeworfen unten geht nicht ne heißt fertilizer mit drin oder ist das gut und jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen pflanzer pflanzer sieht sehr interessant an und dann die silikon press dann brauche ich ein import bus das da hier ich da da ja da 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 Das war's für heute. Ich bin dort. Gucken wir, ob ich da noch was anhängen kann. Geht's? Dieser Junge, ey. Assembly. Und jetzt kann ich es nicht mehr verbinden, weil ich alle acht meine Paneele weghau. Was machst'n du falsch? Mach nie was falsch. Alles recht. Das frage ich zu bezweifeln, aber das ist deine Meinung und nur deine Meinung. Ach. Der müsste nur frei sein. Mir wird auch nicht angezeigt, wie viele Channeln ich belegt habe. Nein? Ne. Also ich sehe hier bei mir 25 von 32 Channeln belegt und auf dem anderen Kabel 25 von 32. Lustig, ist mir noch nicht aufgefallen, weil ich das gleich belegt habe. Hä? Wie siehst du das? Achso, du hast... Ich habe mir die Smart Cable gebaut. Da sieht man das. Auch bei den Cover Cable sehe ich das nicht. Also bei den Dance Cable. Warte mal. Mal, aber sieht man das doch. Mein Projekt dauert ja jetzt nur 15 Minuten, bis das Ding fertig gebaut worden ist. In der Zeit mache ich ja schon was anderes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ey. Also gut improvisieren. Ne, bei denen kann man das nicht sehen, weil... Also da kann man... Gar nichts sehen. Damals konnte man das sehen. Bei Monster war das? Ne, nicht beim Monster. Bei... Damals, das sind auch die guten alten Zeiten. Die gibt es nicht mehr, dummer. Lass mich. Tut mir leid. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Lass mich einfach. Lass mich einfach. Lass mich nicht. Ich mache hier X und... Insert. Dann mache ich hier aus. Ich lege den hier ein. Und... Genau. Es wird rausgezogen. Kann es aber nicht rausziehen, weil ich kacke bin. Das ist deine Meinung. Und auch meine Meinung. Dann siehst du. Äh... Reichen dir 17 Minuten für die erste Folge, oder möchtest du noch was machen? Entschuldigung, Alter. Leck mich fett, ey. Äh... Sind schon... 17 Minuten. Moment, Moment, Moment. Ich muss noch eine Sache einstellen. Äh... Okay, wir können aufhören. Okay, sagst du auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.